Einfach so 24 Stunden auf dem Dreck, also das ist ein Lokomotiv, dass wir nicht Elektro zuziehen, vier Stunden Fahrt, eine Stunde Pause, Wasser und Kohlenladen, dann weiterfahren. So ist es wieder gegangen, die ganze Siberia bis Moskau. Aber zuerst bist du nach Japan, zuerst musst du auf Vladivostok? Ja, zwei Nachten, dann nachher bis Moskau. Und zuerst bist du noch in Moskau geblieben? So zwei Tage, zwei Nächte geblieben, dann nachher weitergefahren. Auf Polen? Polen, nach Tschechoslowakei, dann Zürich. Warum nach Zürich? Ja, er kommt nach Zürich, also die Kollegen, die Schweizer kommt ja von Winterthur. So ist es gegangen. Das ist eine lange Geschichte. Jetzt ist ja das doch eine andere Kultur dahin. Der Kollege hat gesagt, komm mit. Aber was hat dich denn so fasziniert? Warum hast du gesagt, komm mit? Ich habe nie so einen Hintergrundgedanken gehabt. Sie haben einfach mitgegangen und weisst nie, was passiert in der Schweiz. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach mitgegangen. Und was er ja sagt, er kann gut Japanisch. Und ich habe kein überhaupt Deutsch oder Englisch. Sowieso ist ja nicht so flüssig Englisch. Er war immer dabei und ich habe es übersetzt. Und ja, so ist es. Dann ein paar Monate in der Schweiz geblieben. Dann bin ich ja zwei Jahre in Hamburg gegangen. Dann habe ich wieder in die Schweiz zurückgekommen. Und dann geblieben das. Aber zurück, du bist nach dort geblieben, also man kann sagen, seit 19 ich bin in Europa und bist noch nie mehr in Japan. In Japan, also du hast es dann gemisst. Ja, ungefähr fünf Monate in Japan gelebt. Dann bin ich nachher wieder in die Schweiz gekommen. Dann bist du nach Hamburg und dann bist du ein paar Jahre später. Dann bin ich nachher wieder in die Schweiz gekommen. Und dann hast du dann auch deine Frau kennengelernt. Ja, dann sind ich 1978. Noch später. Und Ursula, sie ist heute am Abend nicht da, aber Ursula, deine Frau hat gesagt, schon im Kindergarten hat sie Magen gezeigt, wo sie alt sind, mit langen Haaren. Und sie hat immer gesagt, immer lange heiraten zu sein. Ja, bis sie jetzt in seiner römischen Serie erfüllt hat. Ja. Jetzt ist ja dort eben deine langen Haare. Das ist ja so ein Markenzeichen von dir, was wir hier noch sagen. Ich finde, ich habe vor 20 Jahren nicht mehr geschnitten. Eben, nie mehr geschnitten. Ja. Und das überrascht, weil Amiwa auch sein Vater ist. Ja, und der Bruder auch. Also für mich, wenn ich in der Schweiz, in Zürich gearbeitet ist, dann jedes Jahr nach Japan gegangen, dann ungefähr bis zur Türke. Dann wieder kurz, ein bisschen kurz geschnitten. Dann wieder, Jahre später wieder nach Japan. Dann wieder mal halt, das ganze Jahr nie geschnitten. Anfang so, ungefähr 10 Jahre so gegangen. Jedes Jahr einmal geschnitten. Und ja, das ist nicht gut, wenn ich lange habe, wenn du keine Führgeschäfte. Ja, das war ja so. Und bei dir ist aber auch jemand anderes, da hast du noch ein Markenzeichen gesehen. Ich habe dich noch gekannt, du bist zweimal Schweizermeister geworden. Und zwar im Baseball. Ich habe mich hier noch gespielt, in Zürich Mannschaft. 80 bis 90, ja, 15, 18 Jahre habe ich gespielt. Und dann, von April bis Oktober, jeden Wochenende, von Bern, Tessin sogar, Genf, Basel, Aargau etc. in einem Match gespielt. Wir sind ja dreimal Schweizermeister geworden. Wie ist dir das jetzt, kann ich eben die Ursula, wie hast du, ihr habt euch alle kennengelernt, wie hast du das jetzt gemacht? Darf ich fragen? Hast du ihr ein Herz gefaltet? Nein, ich bin ja Schweizer gekommen. Allermeere ist 1988. Das ist ja lange her, schon genau 50 Jahre. Dann bin ich das erste Mal auf Bahnhochstraße, Zürich, so gelaugt. Dann dachte ich, oh, das ist der schöne Stand. Und die Leute sind ja so nett, und sauber. Japan ist genau umgekehrt. Jetzt ist Japan wahrscheinlich noch sauber ist, aber vorher ist es nicht, in der Schweiz ist es nie irgendeine Zigarette oder Papier oder Büchse. Gar nicht, so sauberer Land oder Stadt. Dann habe ich ja unter netten Leuten gemacht. Dann will ich irgendwann länger bleiben. Das ist ja so meine Wünsche erfüllt. Ja, bis jetzt. Ja, schön. Und das Origami. Du bist ein Origami-Künstler, ein Profi im Origami. Ist dir das vielleicht so gar nicht lieb? Die Haare, du schneidest die Haare und du schneidest aber auch nie wie ein Papier, du faltest nur, hat das ein Zusammenhang? Nein, nein, gar nicht. Ich schneide auch ab und zu Papier, zum Falten. Ich zeige es dir, wie das schneidet, wie das eine ganz andere Figur kann man machen. Mit grünen Schritte geht es ein Papier, dann kann man nachher weiter falten. Mit den Haaren kann man gar nicht einschneiden. Hat das nicht ein Zusammenhang, dass du gesagt hast, nein, nie mehr ist er. Wie ist denn die Leidenschaft, die du eben bekommst für das Origami? Wie hat dir das angefangen? Also von woher? Das habe ich gerne in Japan selber. Ich habe früher meinen Zweiten Weltkrieg nach dem Krieg. Wir hatten nur Papier oder Holz oder Natursachen. Ich habe Spielzeuge eigene, selber entwickelte Ideen und so mit den Spielzeugen gemacht. Und Papier hat es dann überall gegeben. Also Zeitung oder Rekrame, Werbepapier und so, damit man so schöne Sachen macht. So eine Idee gehabt mit Papier. Dort war ich nie so schön Origami Papier gehabt. Gut, dass sie nicht teuer sind. Dann habe ich mit einer Zeitung so viele Sachen gemacht. Aber ist denn das, wir tun ja Flügelchen passen, aber irgendwo hast du ja die Figuren etc. Das ist ja so. Aber in der Schule, hast du in der Schule noch das gehört? In der Schule habe ich ja selber. Origami gibt es keine Origami Schuhe. Einfach, dass man selber irgendwie Meistergarten oder unterrichtet hat. Aber das ist das selte. Die Grossheit muss alles selber entwickeln. Viereckige Papier, von dem fängt an, dann irgendwo Ideen machen. Dann plötzlich eine ganz andere Idee, kann man das so machen oder so machen, dann kommt eine Figur. Für dich ist das wie ein Weltaufgang. Keine Spielsachen oder mit dem Papier. Du kannst deine Ideen verwirklichen. Ja. Wie ist denn das? In der Schule ist mir noch aufgefallen. Ich habe einmal gelesen, dass wir unsere Kinder erzählen lernen, dass wir die Finger gegen aussen auftun. 1, 2, 3 ... In Japan ist es umgekehrt ... In Japan ist es umgekehrt. ... kompliziertes Land. Wenn wir ... Einer der schlimmsten in Japan Geld wechseln. Ich habe ja trotzdem einen Traveracek. Jetzt gibt es einen Traveracek. Die japanische Bank in Zürich habe ich einen japanischen Yen einen Traveracek gekauft. Und dann nach Japan eine grieche Bank gegangen. Dann die japanische Yen richtig Geld wechseln. Da habe ich ... Ich musste so einen Zahn aufschreiben. Adresse, Telefonnummer, Geburtstag, wo du wohnst in Japan und wo du wohnst in der Schweiz oder wo du auslandst. Der Pass geht. Der Pass geht. Der Pass geht. Der Pass geht. Der Traveracek. Dann geht es hinter den Tisch. Die höhere Position. Dann schaut. Dann stampelt. Dann geht es weiter weg. Vier oder fünf Leute müssen kontrollieren, dass es nie falsch geht. Dann fragte ich mich, wir waren dort. Dann fragte ich mich, wir sind jetzt spazierend gegangen. Ein paar Tage später genau gleich. Schaden gegangen, nochmal genau gleich. Das ist ein komplizierter Japaner. Aber in der Schweiz kann man überall sogar Pando kann man gehalten werden. Es muss ja nicht Bank sein. Also Vertrauenssache ist in der Schweiz viel besser als in Japan. Und nehmen die Zahlen die Schweizer oder Europäer eins, zwei, drei, vier, fünf und Sachs, damit er linke oder achse bis zur Zahlzählung. In Japan gibt es eine Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Sachs, sieben, acht, nün, zehn. So ist es. So viele Sachen umgekehrt. Die Hirn schaffen irgendwie ganz anders. Aber es hat nicht einen direkten Zusammenhang, dass man es eben faltert? Nein, ich glaube, das ist eine japanische Art so Kunst, die Papierfarbe, die schon über 400 Jahre alt geschickt hat. Das ist dann irgendein Teil, ich weiß nicht genau, Anfang wäre das, Edo-Periode noch länger, meistens sind Männer gemacht, wie so ein Origami. Eben, das sind vor allem älterste, die Brümer und klar nicht, ein paar älterste Motive überhaupt von Origami, von vierjährigen Papieren. Eben, das sind vor allem Mönchen gewesen. Ja, das hat so angefangen, irgendwie Hobby oder so, von der Zeit hat es Origami angefangen, von Japan Papierhäusern angefangen. Das ist so, das ist nicht direkt irgendeine Figur, das hat mit Tempel zu tun, Religion, wenn es irgendwo wie Tempel gibt, dann gibt es so ein Papier, so kleine Falter, die Sachen mitgeben. Das ist so, das ist nicht direkt Origami, aber niemand mit weissen Papier, so faltet, dann gibt es mit Tempel. Also man gibt es dann Tempel nachher, aber hat es einen Zusammenhang, was man faltet dann? Gibt es jetzt noch, gibt es so ein weisse Papier, so dünner, langer Papier, ein paar Sachen faltet, dann hängt das Tempel, das so ist wahrscheinlich angefangen, Origami, dann nachher noch weiterentwickelt. Wie ist denn, also eben, damals sind es die Mönche gewesen, die das vor allem entwickelt haben, vor allem gemacht haben, wie ist das heute in der Gesellschaft? Also ist es so, dass nach wie vor Männer, machen das vor allem Männer? Männer, oder ja, ich weiss nicht, da gibt es auch Frauen, die machen Bücher schreiben, aber im grossen Teil, ich kann viele Männer von Büchern schreiben, oder Ausstärungen, oder Workshops machen in Japan, Japan so Origami, so ein Gebäude, ganzes Gebäude sind Origami, da machen sie jeden Tag verschiedene Künstler, machen und demonstrieren und Workshops machen, das sind meistens Männer, das stimmt. Aber schon in der Gesellschaft, das eben, wie ich vorhin sagte, mit einem Papierfliegerchen machen, das können unsere Kinder, aber in Japan ist es schon so, dass sozusagen jeder einen Kranich hat. Ja, jeder, das ist schon in der Kindheit, wo Eltern, oder eine grosse ältere Schwester, oder Schwester, erlernt das, ich weiss wieso, Kranich ist, ich habe frugzeugige selber entwickelt, wie das besser fliegt wie die anderen. dann muss man hundertmal machen, und dann besser fliegen, besser bleibt in der Luft. Wie ist der Kranich? Das ist also ein Symbol, bei Japan, ein sehr wichtiges Symbol. Was ist Kranich für ein Symbol? Kranich bedeutet, Japaner ist ein lange Leben und Glück. Das Schild gehört auch. Das sind beide Tiere, lange Leben und Glück. Das ist ein japanisches Symbol, das Tier ist ein Kranich. Und das kommt von wo? Also kommt das, weil es so viele Kranich hat? Ja, in Hokkaido, jetzt gibt es Winter. Wir lieben Hokkaido, so viel Kranich. Und Sibelien kommt, dann langsam fliegt, also wieder nach Sibelien zurück. Das ist eine Faszination, faszinierend, wo Landschaft, Isl-Landschaft, mit dem Kranich fliegen, und dass 1000 von Kranich kommen. Und das ist schön, in Japan. Da gibt es jedes Jahr da 100 Fotografen, da wartet, und am Zeitpunkt kommt der Kranich. Ja, du wirst etwas wo und wie kommen. Eine Geschichte ist ja auch, gerade mit diesen Kranich, mit diesen 1000 Kranich. Du hast so ein paar tausend, also hier in diesen, die vier Farben, verschiedene, das sind tausend Stücke. Ja. Das ist ja eine Legende. Kannst du uns von dem her erzählen, wie, was ist das genau? Ja, 1000, 1000 ist ja so, wenn es einen Wunsch erfüllt, oder wenn es einer krank ist, dann schenkt er das 1000 Kranich. Und dann bekannt ist der Sadako Sasaki, das ist eine 3- oder 4-jährige Maiterin, wo er eine Atombombe kriegt und dann überlebt. Sogar. Und dann, aber zwei Jahre später, nur noch gesund. Also das ist in Hiroshima? Ja, Hiroshima, eine Atombombe, die Akau ist. Aber es ist gesünder. Er gräbt, dann zwei Jahre später, trotz der Eukämie. Nachher ist es Spital, dann Krankenbett. Sie denkt, welche 1000 Kranich wartet, dann bin ich gesund. Dann sie wartet, jeden Tag wartet, 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 wartet. Dann, ich glaube, 600, 640, so, gewartet, dann ist sie gestorben. Dann lässt, wo Kranich wartet, Kameraden, Kreiskameraden, wartet. Dann, Grabstein, Gerät. Und jetzt noch, und 70 Jahre später, wenn ich in Hiroshima gehe, dort hat es, Sadako Sasaki, unser Denkmal. Dort, jeden Tag, hundert von Krasse, verschiedene, ganzer Japan, bringen die 1000 Kranich. Dann gibt es... Aber die Ketten, die sind... eine Kette? Eine Kette, ja. Manchmal ist sie so lange, wahrscheinlich 50, aber wenn es 20 Ketten ist, schon 1000. Dann bringen sie jeden Tag, 1000 von 1000, bringen sie, aber keinen Platz mehr. Dahinten hat sie eine 8. oder 8. Vitouine, eine Grasvitouine, ungefähr so eine Hälfte gross, aber noch ein bisschen höher und tief, dann hängt das. und dann, wenn es voll ist, wegnehmen, dann der Lager, ein Jahr lang gepartet, und es gibt so schöne Sachen, nicht nur kleine Ketten, sondern machen sie Bilder, oder so, dass sie gepartet, ein Jahr, dann nachher brandt, sonst ist es gerade kein Platz mehr. Das ist so eine Geschichte, jetzt noch, jeden Tag bringt Krasse, das ist eine trürige Sache, so, ich habe immer noch Gedanken, von 70 Jahre später, immer noch das Raub. Denn ich habe auch mehr und mal 1000 Krami gewartet, vom Kranken, habe ich ihnen geschenkt, und das ist Freude, jetzt, sie hat auch noch Krebs gehabt, und dann, sie ist wieder geheilt, und dann lebt noch, und immer noch Gedanken, die Heirat, so, 1000 Krami. Wie ist denn jetzt das, Sebastian, du hast gesagt, eben, es ist nach wie vor, top aktuell, eben, täglich kommen wir Schulklassen, ich habe schon gehört, dass dort, eben, also hunderte von Kinder sind, aber man gehört kein Wörtchen, es ist... Schulboden, sitzen, wartet, bis so ein Platz kommt, bei jeder geht es nach vorne, und einer singt, also mit der singt, oder Gedichte erlesen, dann, ungefähr, vor ich, zahle, dann, ganz wieder, so ganz wieder, nie, zwischen, hinten, wartet, ganz, still bleiben, das ist, weißt du, hier gibt es kein anderes Land, so, still bleiben, und die Kinder, weißt du, manchmal, stünde warten, bis, so, hinten, wartet, aber, schön, brav, wartet, das ist, äh, das ist, äh, haben wir noch nie so gesehen, äh, Schweizer auch nie so, so machen, ja, ich habe gelesen, also, das, der Kranich, Oregani Kranich, der ist, auch, ein bisschen, ein Zeichen, ein Symbol, von Frieden, also, der, äh, es hat, einerseits die Statue, von der Sadako, und, andererseits, aber auch, eine Statue, von einem Kranich, Oregami Kranich, wo wirklich weltweit, also, die jensten Welt, ähm, äh, 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 kann man sagen, Ebas, es ist, es ist zu einem Symbol, von Frieden, ja, das ist eben das Symbol, von Origami, Faltet, Kranich, die mit dem Kranich, mit dem Papier, ich zeige es nachher noch, gibt es, äh, grünen Schnitt, gibt, dann gibt es soo viel verschiedene, tausend von verschiedenen Sachen, mit dem, eins Papier, Kranich, Falten. Ich zeige es noch ein paar, das ist der Kranich, wo, ein Papier, je nach Schniede, das ist ein einziger Papier, nur im Kranich, das ist, äh, das ist, äh, so eine, äh, so eine, äh, ja, leichte, eigentlich, nicht, aber schwer, muss aufpassen, so, ja, das ist, äh, oder, so eine, äh, äh, Kranich, äh, mit einem Papier, mit einem Papier, das schneidet, und wie das schneidet, und wartet dann, so zwei, so eine Kranich, kann man halt, das ist schwierig, kann man, äh, äh, ja, das müssen, mehrmals, ich habe ja sicher, 20 oder 30 Mal machen, damit man das eigene, äh, äh, technisch finden, dann, äh, eben so, gleichmals, du nimmst ja ein quadratisches Papier, ja, das ist so Grund, also es ist immer quadratisch, origanisch, ein quadratisches Papier, ja, meinst du, also 99 Prozent, äh, quadratisch, äh, gibt es auch lange, oder, ich mache ja, ja, fast alle, nur eine von, ja, speziellen Papieren, längere, äh, quadratische Brüche, gibt es auch Dreueckenpapier, kann man auch, oder, Fäufeckenpapier, kann man machen, aber, Grundform, ist ja, viereckiges Papier, und so ein Papier, also, ist das ein spezielles Papier, oder, du hast gesagt, man hat einfach, zeitiges Papier, oder so, aber, original wäre, oder, was sind die Vorteile, von einem anderen Papier? Das ist so, japanische, origanische Papier, kann man falten, falten, halten, noch, und die Farbe, bleiben, noch, die gibt es auch, wenn es falten, dann manchmal, Farbe weg ist, wenn Hintergrundfarbe kommt, oder so, unter die, gedrückte Farbe kommt, aber, japanische, origanen Papier, kann man, mehrmals korrigieren, wenn es falsch falten ist, oder, wenn es, eine falsche Linie gibt, kann man korrigieren. Also, der weisse Strich, was es, bei unserem normalen Papier gibt, wenn man es, vor allem, das ist, nicht, zerissen, so einen, kann man nie falten, mit dem, normalen, Büro, so, A4, höchstens, ein Flugzeug kann man, dann kann man das, ja, aber sonst, schwierig, das ist eine japanische Papier, das kann ja, ganz andere, äh, Gefühle, von Anlangen, ganz weichen, und mit dem, noch stärkeren. Das ist jetzt, ein Papier, eben, ein Geschäftspapier, mit Pflanzenfasern. Ja, das gibt es auch, ja, aber das ist, ein bisschen dicker, der Origami, ist, so, geeignet, damit, mit Pflanzenfasern, nicht, das magische, Ecke, wenn du brauchst, ziemlich dick ist, ja. Jetzt nimmt es mich gleich mal um, du hast ja Papier mitgenommen, wenn ich jetzt dir sage, nimm jetzt mal, ein quadratisches Papier, und, falte uns etwas. Ja, das ist so, äh, zum Beispiel, ich habe auch gezeigt, das ist eine, Kranich, Grund, Figur. Das ist so eine, viereckige Papier, das gibt es meiste, von dem, Figur, gibt es, ändert das, dann nachher, so viele Sachen, das ist auch quadratisch, ungefähr 30 mal, knapp 30 mal 30 cm, Papier ist sehr, sehr wichtig, was eine Falte ist, da mag ich, ja, ich habe auch so viele Sachen, Papier gesucht, und gesucht. Ich glaube, ein Fehler, den man machen kann, wo man gar nicht mehr ist, Geduld verlieren, oder? Ist das so? Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Technisch braucht es ab und zu, aber Geduld. Geduld braucht es am meisten, äh, wenn das nicht mehr weitergeht, dann weiss er nie, dann muss er wieder an der Buch machen, oder Bücher reisen, wie das weitergeht. Das ist so, da gibt es ja, tausend von verschiedenen Sachen, kann man aufhalten, mit dem, viereckigen Papier, und, und dem, der findet, also, das muss ich mal aufmachen, vorlesen, den sch involve uno, Verschuldigung erläumittel kannst, es geht, aber von dem, So, das ist der Papagei. So ist es. Das ist der Papagei. Man muss Fantasie auch haben. Das ist nicht so genau wie ein echter Tier. Man muss eine lange Nase holen. Dicke Beine und so. Man muss Fantasie machen. Dann kann man das so weiterfalten. Es ist schwierig. Man muss so einen Punkt finden. Jede Mensch hat auch ein anderes Arm. Da muss man zeigen. Die Ecke, wo das kommt. Meistens ist der Kopf, Bein oder Schwanz. Das ist eine spitze Ecke. Die Ecke kommt. Wie ist der? Du hast gesagt, es gibt Bücher. Ist das so, dass es Kunden von Büchern gibt? Und dann sagt mir, hast du zu Hause Bücher, die du nachher führernimmst? Wenn du weisst, jetzt stehe ich hier an mit dieser Figur. Jetzt muss ich eine Hilfe haben, um weiterzukommen. Du nimmst Bucher und lest sie dort hin und schaust etwas ab. Wenn ich alles mache, dann ist es irgendwie angebildet. Ich muss auch eigene selber erfinden, von Figuren. Dann studiert, was soll ich machen, was kann man machen mit dem. Dann prozegiert so eine ähnliche Figur, dann dort Grundform blieb, dann dort das Anfang. Zum Beispiel die Daruma-Ishami, das habe ich so gemacht. Das Gesicht ist auch Grundform, aber das Gesicht kann man ja selber entwickeln. Dann gibt es auch Hologami, man kann das machen, jeder Mensch kann das Hologami, Figur, Gesicht machen. Aber das Gesicht kann man auch, oder Nase, kann man selber finden. Dann fertig ist, dann noch nicht zufrieden, selber, dann machen wir es noch weiter. Dann geht es ja dann nachher 10, 20 oder 30 Mal machen sie. Dann irgendwie eigenarttechnisch findet das. Also eben, dir kann man auch eine Frage geben, du hast das schon gemacht, du hast schon Forscher gemacht, du hast schon Herz gemacht. Ja, du hast ja, du hast ja auch noch eine Musik-Fans. Wie ist das? Wie geht mir das denn vor? Jetzt hat man irgendwie ein System im Kopf, man hat eine Feder und... Ja, das ist so. Ja, das ist so. Auto gibt es auch. Jeder macht, jeder macht, jeder macht, jeder macht so ein Spielzeug, zum Beispiel mit den Kindern, kann man ja spielen mit dem Auto. Ich habe zuerst so ein Auto fertig, das auf normalen Papier gebracht, eine Firma aufgetragen hat. Dann hat sie gesagt, ich habe gerne ein Auto, ja, ich mache ein Auto. Dann haben sie zuerst gebracht. Also sie sind zu dir gekommen und haben gesagt, ich habe ein Auto. Ja, die habe ich ja in die Firma gebracht. Dann hat sie so viel gewünscht, das wollte er so und das wollte er so. Dann habe ich immer normal, wenn ich Auto fahre, so eine Frache, so eine Papier. Oder so ist es egal. Nur so, so sieht das Auto vor. Aber dann hat sie gesagt, ich habe noch eine Dreidimension, muss erbreiten und drängern. Dann habe ich... Das ist ja gar nicht der Typ von Marke. Ja, Marke hat es doch mal gesagt. Ich habe gesagt, ja, das sind ein Auto, so. Tags hat der Porsche 900L. Ja, wenn ich ein echter Auto überkomme, dann kann ich das schon machen. Aber das ist ja in Stuttgart, eine polische Fabrik. Da habe ich durch eine Schweizer Firma, durch die U-Stelle. Dann hat sie eine Zeit in der Porsche 900L. Dann bin ich hier ein paar Tage später in der Porsche 900L. Dann habe ich überall ein Foto gesehen oder auf dem Computer gesehen, wie das Volumen ist. Dann, äh... Ja... Zwei Wochen später. Ich muss ja jeden Tag, wenn sie so etwas 100 Mal probiert und versucht, bei seinem Modell. Ähnlich wie Porsche 109 oder 111. Dann habe ich den letzten Prachter als Lieferstand schon gut. Also eben, dieser Weg, der ist, glaube ich, recht intensiv. Also, Ursula, deine Frau, hat mir noch gesagt, ihr habt Katzen zu Hause. Ihr wohnt nicht in Milken oder halt von Schwarzenburg, in einem Bauernhaus mit einer wunderschönen Aussicht. Aber, wenn du etwas so entwickelst, dann musst du... Ich habe dann Katzen auch nie... Und nicht einmal Katzen da drin. Nein, nein. Wenn ich mich so konzentriere, wenn sie so kleine Sachen machen, dann... Die Katzen darf ich gar nicht mehr. Wir sind zu. Wie ist der Ben? Also, du gehst dir ein Thema rein und konzentrierst dich und fängst mal an. Also, du hast ein viereckiges Flatt und nimmst das und dann fängst du einfach mal an? Oder wie... Wie muss man sich das vorstellen, diesen Prozess? Was... Zuerst die Origami-Gründform irgendwo, die oder etwas machen, vier oder fünf Grundformen. Von dort ändert das. Und dann zuerst denken, welche Grundform nehme ich? Also, es hat immer eine Grundform... Ja, zum Grossteil schon das. Aber jetzt ist ein neuer, der junge Japaner, eine realistische Figur. Machen das. Wie echte, mit viereckigen Papieren. Und die erste... Seine... Kunst... Ist das... Eigenartige... Alles Anderes. Das ist schwierig. Ich weiss nicht, wie man ein paar hunderte Figuren macht, dass man alles im Kopf hat. Oder man schon den Computer eingeht und muss den selben Computer anschauen. Das sind wahnsinnig viele Sachen so... Ja... Ja... Neue... Also Neuarten... Eben, was sich so weiterentwickelt hat. Also das Origami. Ja... Mhm... Probieren... Das ist eine einfache... Und... Eine ganz rustige Sache. Acht... Es braucht acht Papier. Das ist ein Kindergarten. Kann man machen. Das wird niemals verhalten. Dann die Grundform ist fertig. Ja... Ja... Das ist so ein... Große. Das ist eine achteckige... Äh... Aber... Das ist ein bisschen saubererlei. Wenn ich so drücke... Dann gibt es acht Stämme. Mhm... So... Das ist eine fast die... Die Kinder rufen, das ist ein bisschen saubererlei. Dann wieder... Mhm... Das ist eine Grundform, wie Sie drüben erfahren. Man schaltet... Ich halte... So eine viereckige Papier. Mhm... Zuerst eine Hälfte. Dann beide Seiten innen bis Mitte. Dann zusammen. Dann unten Du... Falten Sie so. Schräg vierecke. Von der Dreiecke geht es in eine Fahrt. Das ist eine Grundform. Hier sind acht Stück hintereinander. Das sind 45 Grad. Acht mal 45 Grad sind drüben, das ist 80. Da gibt es nicht mehr. Das hat eine engere Erfindung. So einfach Sachen kann man mit Kindern spielen. Und mit denen kompliziert ist. Das ist auch so. Acht-deckige Papier. Das gibt es auch so. Schiebt. Da gibt es so eine Form. Das ist ganz anders. Das ist nicht kompliziert. Aber so mit dem viereckigen Papier. Je nach dem Fahrtetisch. Dann gibt es ganz andere Sachen. Dann gibt es auch noch so eine 3D. Ein bisschen breit. Das ist auch. Acht-deckige Papiere. Kann man auch so schreiben. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber kann man nachbauen. Ich komme nochmal drauf. Darauf gebe ich jetzt. Jetzt hast du die Idee von der Form. Jetzt eben die Grundform, die du gemacht hast. Und dann gehst du weiter. Du entwickelst das Auto bei der Porsche 911. Ja. Und dann kommst du irgendwie auf den Weg. Plötzlich ist dann fast das. Aber nicht ganz. Dann fangst du wieder die neue. Und der Schritt, den du merkst, hier hätte ich so anders gehalten. Ja. Du musst anders versuchen. Besser. Oder wie vor. Foto gesehen. Die vorne ist da. Dann musst du mit dem Papier. So. Bringen das. Aber wie weisst du dann nachher? Also tust du dir das aufschreiben? Oder gehst du dann wieder an diesen Falt nahe? Oder wie? Ich habe noch mehr. Ich habe noch so einen. Oder wenn du den vergisst. Dann kann man aufmachen. Dann kann man weiter machen. Kann man eine Dusche machen. Oder am anderen auch. Kann man machen. Hast du noch nie davon gelobt? Das hast du gesagt. Jetzt weiss ich, wie ich den habe. Nein. Wieso? Bis jetzt alles. Ja. Es ist gut gegangen. Wie ist denn, wenn du jetzt eben. Du gibst nachher das. Eben. Den hast du jetzt geschafft. Eben. Du bist gut gegangen. Du gibst ab. Wie ist denn nachher. Wenn du es wieder einmal machst. Also ist das eben. Hast du noch ein weiteres Modell, das du für dich machst? Oder sind alles eben so auftragen? Ich habe schon eine Kopie. Also. Die Firma wollte ja. Zuerst habe ich gesagt. Aber ich habe gesagt. Ein Feuch machen. Fünf Foto haben. Oder? Ich habe fünf Stück. Fünf Stück gemacht. Aber nie genau gleich. Oder immer so. Ecke oder irgendwie andere. Aber es ist schon ein Auto. Und. Also Sportauto ist. Das heißt. Das ist schon. Das sind Handler. Das sind nie. Nie. Welche Elefanten machen. Die Hunde machen. Die Hunde machen. Das andere ausgesehen. Also. Die Kranich ist. Wenn ein Hund. Tausend machen. Tausend genau gleich aus. Aber Elefanten oder so. Die anderen. Die. Je nach Tierfalt. Das andere muss es sehen. Wie lange hast du jetzt so. So ein bisschen. Eben. Kann man sagen. Du hast. Für den. Ein Porsche heißt. Ja. 100 Stunden. So. Stünde. Ja. Da kann man nicht sagen. Wie viel. Er hat gesagt. Ungefähr Monat sind. Bis er erliefert. Das ist ja wichtig. Bis wann das braucht. Dann je nach. Wenn es nicht mehr geht. Dann müssen wir die ganze Nacht noch machen. Und. Ich habe viel. Viele Sachen gemacht. In der Nacht. Nach. Wenn der Termin so knapp ist. Ja. Das kann man nicht sagen. Wie viele Stunden. Ich muss mir. Zählen. Es ist eine Papierqualität. Papier muss man finden. Es ist ein passender Papier. Es ist ein passender Papier. Es ist eine Weisse. Gut. Die Weisse ist ja überall. Es gibt es. Aber. Die Qualität ist ja manchmal schwierig. Ja. Das ist ja so. Ja. Was muss man denn. Eben. Was muss man mitbringen. Dass man dann. kann Origami falten. Muss man. Mathematisch gut sein. Oder. Muss man einfach. Das ist auch. Irgendwie Mathematik. Oder. Dass man so eine. Figur. Form. Bringen. Das ist ja. Wie das falten. Was Nächste kommt. Oder. Wo das. Zum Beispiel. Tier. Wo das. Kopf. Oder. Schwanz. Bein. Oder. Ohre hat. Ja. Das. Das ist ja. Wichtigste. Von Anfang. Origami falten. Irgendein. Irgendein. Tierfaltet. Und dann. Eben. 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 Ettlich. Kein Elefant. Sondern es ist. Vielleicht ein Halswort. Immer. Dahin zu bleiben. Und. Es war 마음. Aus. Aber dann. Aber es. Hiivi. Was ich. Natürlich. Da. Wenn ich einen dank dem Elefanten mache, dass er nicht gegangen ist, dann gibt es wahrscheinlich andere Tiere. Dann kann man weiter falten. Aber ich habe ja so viele Schachtel, die noch nie fertig ist. Dann kann man ja weiter nach. Wenn ich hier plötzlich in die Idee komme, dann kann es ja weiter falten. Also du hast wirklich so Schachteln mit angefangenen Faltenzeichen? Ja, das habe ich ja auch inzwischen. Wenn du mal auf die Seite legst und sagst, vielleicht kommt der Mann wieder. Ja, da gibt es eine kurze Idee, dann kommt er weiter noch verändern. Wenn du so rumläufst, denkst du immer, könnte ich das falten? Ja, das ist schwierig. Irgendeine Idee habe ich schon. Aber genau was gleich ist, das ist schwierig. Ja, was ein Ziel oder Figur wartet. Wie ist das? Also eben, die Begeisterung, also das ist wie eine Sucht. Also, dass man wirklich sagt, Sucht vielleicht nicht, aber dass man sagt, eine solche tiefe Begeisterung, dass wirklich... Ich habe gerne, wenn ich auftreibe, gibt es jemanden, sagen, du sie krank in einem Monat. Wie mache ich das? Aber jeden Tag muss man mindestens 30 machen, dann Ende Monat ungefähr 900. Oder wenn man es den nächsten Tag nicht macht, irgendwie rausgeht oder dann über den nächsten Tag muss man es 80 machen. Ja, wenn der Termin so knapp ist, dann muss man das jeden Tag machen. Wenn ich einen Workshop mache, ist eigentlich nicht so schwierig. Ich habe gerne mitgemacht. Aber vorher, die Vorbereitung, Monat lang, muss man vorbereiten, was sind die Themen, was kann man denn so machen. Oder man muss einen Fragen im Workshop machen. Gut, mache ich ganz viele Kinderwehren, vier Sachen, je nach Zeit. Jetzt ist ein Ostern und dann vor der Weihnachtszeit. Dann mache ich Weihnachten, St. Nikolaus oder Christbäume oder solche Sachen mache ich. Wie nach Zeit. Ja, das äh... Vorgestern warst du schnell bei mir und hast gesagt, du bist schnell hierher gekommen und hast gesagt, drucken wir schnell das WordCrafts-Logo. Das Logo, ja. Kein Stück brauche ich. Schau mal, dass ich es schnell ausgedruckte. Ja. Und heute bist du mit dem hierher gekommen und... Das ist ein Fußball, das sind 32 Teile. Fußball, original Fußball, so 32 Teile. Zwölf schwarze Feuchtwecken. Und das Logo ist eigentlich die Dreuecke. Das sind 20 Stück. Dann gibt es so eine Kugel. Je nach Firma oder Privat mache ich sicher 50 Stück so für verschiedene Firmen. Das würde ich freuen, wenn das eigene Firmen Logo statt oder ein Foto. Und dann kann man so eine Passkode-Grosse da bringen und dann... Ja, das ist eine Dekoration. Also, die kann man auch so eben auftragen, gell? Ja. Wenn man nachher auch nachher anschauen für eben Filme oder Privat. Privat kann man jeden, ja. Ja. Ja, das ist so der origamische. Nicht nur die Figur vom Tier. Da kann man auch so nehmen. Solche Dekoration-Sachen. Oder Spielen von Kindern. Kann man das so machen. So einfach. Ja. Jetzt bist du ja in 2013, bist du Pansir. Du hast die Arbeitswelt verlangt, ist privatisiert und hast... Mehr Zeit, ja. Mehr Zeit, ja. Aber jetzt bist du voll am Origami machen. Weil ich habe einen mehreren Aufträumen jetzt das Jahre. Zum Beispiel morgen, wenn sie Zeit hat oder Lust, in ein Natur-Historisches Museum werden. Wenn ich die ganze Nacht fülle. Ja, das ist ein sehr hohen Tag. Ja, ein sehr hohen Tag. Sachsen fang da, und bis, ich weiß nicht, bis die Leute da ist, dann blieb er noch. Aber dort ist ja, bei mir Aufträumen ist ja Dinosaurier. Ja, das ist ein Dinosaurier, ja. Da habe ich Sachsen und sieben Figuren, so Dinosaurier, irgendwie das gemacht und ein bisschen größeres Papier, oder? Dinosaurier kann man nicht so grünes Papier machen. Das ist schon eine grosse Figur gemacht, ja. Und ich bin ja morgen Sachsen im Museum, bin ich dort, ja. Ich habe sie schon gesehen, ich durfte sie sehen, es lohnt sich. Also es sind wirklich sehr spannende Dinosaurier, sehr schöne, mit einem speziellen Papier. Ich komme nochmal auf dieses Papier. Also, eben, du kennst ja keine Grenze, oder, von den Papieren? Ja, genau. Oder fast keine Grenze, eben, hier hast du einfach ein Druckerpapier genommen, oder, von denen man sieht, die da bis so ganz kleine, die du gerade mit deinem Zahnstocker hast gemacht. Ja, das ist eine so sauer Behinderung. Das ist eine grünste, das ist 5 mm Papier. Das ist ja so ein Punkt. Aber natürlich, mit dem dicken Papier kann man ja gar nicht mehr warten. Das Papier habe ich gesucht, wissen Sie, was in einem ganz dünnen Papier ist? Das ist Zigarettenpapier. Ja, ja. Da sind die Zigaretten drinne. Das ist so hoher, dünner Papier. Aber das ist schwierig, da gibt es kein Gefühl. Fartet nicht. Oder die, normal, wenn du so wartet, sehe das, so ein Gefühl, dass es doppelt gefartet ist. Aber das gibt es gar keine Figur mehr. Man muss so, dass eine Figur, so grün, manchmal eine Stunde braucht etwas. Ich komme noch mal zurück auf deine Baseline. Zwei Rezepte. Also, jetzt bist du Origami-Künstler. Kannst vom Origami falten leben? Kann man leben? Nein, nein. Leben kann man gar nicht. Höchstens zum Morgen ohne Kaffee. Nein, mit dem ist es nur hobbymässig. Also, es bleibt für dich ein Hobby, obwohl es ... Es ist mehr als ein Hobby. Es ist eine Begeisterung, die sehr viel einsetzt. Das ist wahr. Es gibt Glück. Glück, Glück. Ostern. Ja. Also, es bleibt ... Nein, das ist ein Hobby. Nein, nein, das ist ein Hobby. Ja, das ist ... Wie ist es in Japan? Kann man in Japan davon leben? Ja. Eben, man muss ja ... Legermässig ... Workshop machen. So ein spezielles Origami ... Hall ... Also, die Halle ... Oder Geschäft. Oder ein Kaufhaus. Also, ein Workshop und so. Oder eine Unstellung. Dann ... Aber Legermässig muss ich halt ... Ansonsten ... Das ist schon schwierig ... Ja, das ... Mit dem Leben ... Ja. Du gibst ... Eben, du machst, aber du gibst auch Kursen, oder? Ja, Kurs ... Oder eben auch Workshops ... Ja, auch ... Offiziell habe ich nie regelmäss so einen Kurs gemacht. Wenn sie anrufen ... Ja, das und das und das ... Und dann ... Oder Geburtstag ... Oder eine Tischdekoration, oder so. Dann ... Dann mache ich auch. Und ... Irgendwie ... So eine Zeitung gelesen, oder so. Dann ... Dann ... Dann ... Dann habe ich ... Ja, dann komme ich auch ... Und probiere ... Und dann ... Dann ... Ich musste wissen ... Wie alt ist ... Oder Kinder, oder Erwachsene ... Höchstens so zwei, fünfzehn Leute. Dann ist es nachher schwierig mit den ... Zusammenfarten und so. Dann ... Ja, das ... Dann mache ich ... Ja, für die Zukunft ... Ja. Wir haben überall eben noch ein Blatt drin. Ja. Ich würde so vorschlagen, dass ... Nachher, nach dem Gespräch ... Ich kann jeder noch das Blatt da vorne nehmen. Mhm. Und die Wahl wird dann noch ... Ähm ... Der Anleitungen geben vielleicht noch. Abschliessend noch ... Deine nächsten Projekte. Hast du dir jetzt schon etwas verraten? Ja. 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 Und der Grösste ist ... Ähm ... Jetzt ist es fünf Jahre ... Fünf Jahre ... Fünf Jahre ... Ja. 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 Wie heisst das Casino? Casino Zürich, also Sedan Plaza. Sedan Plaza, ja. Und neben dem Essen? Zwischen? Oder in dieser Art oder so. Nach dem Essen, dann läuft die, dann bekommt die Kundschaft, dann zeigt sie oder mitwarte. Dann mache ich einen grossen Tisch und viele Sachen ausstellen. Dann würde ich alles gratis verkaufen. Einfach alles gratis geben. Das Dottom? Wie denn? November. Ja, den ganzen November. Also Mittwoch bis Sonntag. Aber Sonntag ist eine Branche. Morgen 10 Uhr bis Nachmittag 2 Uhr. Aber sonst Mittwoch bis Samstag, halbwegs 8 Uhr bis 11 Uhr. Ungefähr bin ich jeden Tag. Ja. Montag, Dienstag ist frei. Dann habe ich noch mehrere japanische Vereine, von grossen Städten. Da habe ich Vilsangana. Und Luzern gibt es ein japanisches Fest. Da bin ich auch an den Ständen. Mit Origami mache ich noch. Ja. Wenn es Interesse hat, dann kann ich nachher Datum gehen. Ruzern und Sanga. Wie denn? Ja. Dann habe ich noch braun und das Jahr. Dann... Dann jetzt schon... Wissen Sie, das ist so die... Die... In der Welt, die Pratsa. Jedes Jahr Griechen ist. Und die Künstler, die Gäste, die kommen auch jedes Jahr. Dann meint, Oh, das ist schon wieder Griechen, oder? Du musst immer neue Ideen, oder neue Sachen erbringen. Neue Ausstellen, oder so. Dann... Ja. Ja. Bis jetzt ist es gut gegangen, und du freudig auch mit den Leuten, und noch nie so Sachen gesehen hast. Den Kindern ist es meistens freudig, wenn du so plötzlich vier-eckigen Papiers an Figuren kommt, und so, ja, dann... Ja. Sehr gut. Merci vielmals. Ja, ist auch gut. Und viel Erfolg bei diesem Projekt. Ja. Ich würde gerne noch das Publikum nehmen, wenn du noch eine Frau lachst. Ja. Ähm, ja. Was heisst eigentlich das Wort Origami? Heisst das etwas? Origami ist... Ori ist der Falte. Kamie ist der Papier. Das sind einfach Falte, Papier. Das ist so... Wie... Es gibt so viele Sachen in der japanischen Wörter. In der ganzen Welt gibt es so einen Origami-Verein. In der ganzen Welt gibt es so einen Origami-Verein. In der Schweiz, Deutschland oder Spanien oder Mexiko sogar. Und dann gibt es so viele... Im ganzen Land gibt es so einen Origami-Verein. Ja. Ja. Ich mache Kibana seit 10 Jahren. Ja. Ich habe auch Aikido gemacht. Oh! Und... Das ist eigentlich eine Form von Meditation. Ja. Oder eine Tee-Zeremonie. Und ein Kido auch. Einfach... Man sieht noch etwas mehr, als wenn man nur bei dem Buddha da sitzt und nichts macht. Sondern am Schluss hat es nur ein Resultat. Kann man das vom Origami auch sein? Genau Grieche, wie Ikebana oder Tee-Zeremonie, müssen Ruhe haben. Konzentrieren. Was sie erfahrtet. Dann... Ich mache keine Musik. Gar nicht. Nur Ruhe gehen. So gut, okay. Und... nur gerade... und konzentrieren. Sehen, was kommt. Ja. Das ist auch... Eben... 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 Das ist auch... Eben... 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 Ja. Aber... Genau das... Ja. 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 Jetzt habe ich auch eine Frage. Kami heisst Papier. Aber wie sagt man das in Japan? Origami oder Origami? Kami ist Papier. Wenn es alle zwei Wörter zusammen ist, kommt Origami. So ist das. Was haben Sie denn beruflich gemacht? Sie sind jetzt pensioniert. Was haben Sie denn? Beruf? Das ist ganz anders als Origami. Ich habe mit Papier gar nichts zu tun. Ich finde Sicherheitsfilme von Holger, Zürich. Das habe ich vor 35 Jahren geschaffen und dann nachher pensioniert. Dann bin ich beruflich, ja. Ja? Eben, da sind wir ziemlich auf Erdmann und da gibt es ja oft so den Jahreszeichen entsprechend Symbole. Also wie man bestimmte Zeichnungen aufhängt und so weiter. Gibt es im Origami auch bestimmte Symbole, die man in bestimmten Jahreszeiten eher benutzt? Nein, das gibt es das ganze Jahr. Origami. Das gibt es jedes Jahr. Ich mache auch eben, vorhin habe ich gesagt, Osterzeiten mache ich Osterhase oder Gökki oder so. Oder Weihnachts-Sachen oder die Heroin mache ich den Kürbis. Das ist so, je nach Zeit. Ich freue mich, wenn es eine Freude ist. Jetzt, wenn ich Sarnikras zeige, dann freue ich mich wahrscheinlich nicht so viel. Oder wenn ich vor der Jehnacht oder so eine Karte mache, damit Sarnikras eine Karte kann schicken. Und wenn es so eine Zeit kommt. Wie gross kann das Papierquadrat maximal sein? Also normal ist es so, original Papier ist es so 15x15. Das kann man, meistens brauche ich von der Größe. Das ist ein japanisches Original vor der Farbe und dahinter ist ein Wies. Das gibt es auch Doppelseitenpapier. Aber das sind die meisten. Aber natürlich, das sind die grösseren gibt es auch. Oder wenn ich je nach Tierfarte, dann ungefähr 20x25x20 oder 40x40 Papier. Je nach Größe, je nach Farte, dann wird es extra große Papier schnieden. Und ja, das ist das meiste von der Größe. Und die Meichernütter. Das ist auch die Rosco. Ohne Körper. Das ist ungefähr 50x50 cm Papier. Aber wenn man fertig fühlt, dann ist es auch klein. Aber von der Dimension ist es ein Papier, das es ausmacht? Also du kannst auch 20x20 Meter, theoretisch. Eben, das gibt es auch 20x20 Meter. Die Luzerner, die Schweizer Künstler, Organkünstler. Elefanten gebaut, gemacht, lebensgrosse. Wow. Und was ist das grösste, was Sie gemacht haben? Ich meine, 2x2 Meter Papier. Das Papier habe ich zufällig gesehen, so ein grosser. Aber dann braucht es. Die Luzerner hat nie so gross. Noch grosser braucht es. Das 2x2 Meter Dimension, das er fährt. Dann braucht es 3 Meter noch länger Platz. Dann braucht es wahnsinnig Platz. Also nie dank so grosser Platz braucht es. Aber so handelig ist es schnell machen. 15x15 cm Papier ist dann einfach nicht das beste. Also, es gibt aber auch... Also nicht nur Papiere. Weil die Wahlen zu Hause haben ja von Katzenfutter-Decherchen, die du verarbeitest, oder Joghurt-Decherchen. Ich habe jetzt zu Hause schon angefangen. Ich habe jetzt einen Eingang von der Strasse. Das ist ein Auto oben. Also ein Kranich. Das ist eine Alu-Folie. Alu-Menü. Das ist eine dicke, das ist schwierig zu farten. Und ich habe eine Katzenfutter, so eine viereckige Decker geputzt. Die oberen Papier wegnehmen. Und mit dem... Jetzt fängt es ein Auto zu Kranich. Jetzt habe ich schon ungefähr 500 Joghurt-Becher und ein bisschen Gris. Aber Joghurt-Becher oder Katzenfutter, da habe ich jetzt angefangen, jetzt ungefähr 600 Stück alt gesammelt. Dann muss ich genau vier Ecke schneiden. Damit dann nachher... Dann muss man einzelne falten. Dann kann man nicht nur drei Papiere zusammenfalten. Das sind einzelne. Jetzt müssen Ihre Katzen ganz viel fressen. Jetzt habe ich... Wie weißt du es ja... 40 Katzen muss in eine Hütte gehen. Dann kann man alles freisch gehen. Dann kann man auch keine Zeit. Dann muss eine Trockenhütte auch etwas schweren. Wenn ich in Bruch erzähle... Ja, ist das so. Und ich wollte noch zeigen, mit dem einen Papier Kranich falten. Das ist ein Beispiel. Die Kette ist alles mit einem Papier Kranich. Das ist eine alte Tradition. Je nach Schneider, dann gibt es verschiedene Figuren, das kann man klingen. Mit einem Kranich. Das ist auch ein Kranich. Aber andere falten. Dann... Das schaut ja besser. Und... Das ist auch ein Kranich. Ihr findet... Ihr seht... Das kann man so... Zwei schneiden. Kennen Sie jemanden Kranich falten? Ja... 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 So... Ich habe es gesehen. Ja... So... Wie hängende... Hängende Kranich. Das ist... Das ist... Das ist so... Wenn du das... Oligami... Fältige Figuren gesehen. Du weisst nie, wie das machen. Mhm... Mhm... Oder wie das... Wie das schneiden, Wie das mal falten. Und... Das ist... Ja... 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 Und wenn du so fertig... Figuren siehst... Wie das machen. Ja... Viereckige... Papiere. Aber die Reihenfolge machen... Das sind... Kann ja... Fast alle... Äh... Figuren... Bis dahin bringen. Zum Beispiel... Das da... Das ist... Wenn du... Original... Normal... Kranich falten kannst... Das kann man ja... Jeden... Die Papiere ist so... So eine Viereckige... Normal Papiere... Zweimal... Dreieckfalten... Und so schneiden... Nicht ganz durch... Das andere... Nächste ist... Von anderer Seite... Richtung... So... Die Mitte... Dreiecke... Also... Die Vierecke... Mit normalen... Aber aufpassen... Das... Nicht gerissen ist... Da kann man so... Können sie probieren? Können sie... Ja... Ja... Gut... Er kann alles noch fragen... Ja... Also... Machen sie denn auch so... Ähm... Schachteln... Oder... Lampen... Oder... Also andere Gegenstände... Aus... Ja... Das ist so... Das ist ähnlich wie da... Schachtel ist... Ich habe einen... Den ich gerne so... Schachtel... Gibt es auch... Die... Die Japaner... Die Fusse... Das sind bekannteste... Schachtel... Machen... Dreiecke... Viercke... Sachs... Fünf... Alle... So viele verschiedene Schachtel... Ja... Das ist auch schön... Aber... Je nach... Origami... Künstler... Ich habe nicht gerne solche... Richtungen... Ich bin... Konzentrierte... Sortier... Sachen... Ja... Das ist richtig... Wie... Schachtel... Gibt es auch... Mit... Verschiedener Farbe... Zwei... Übergre... Verschiedene Farbe... Ein... So... Wie ein Puzzle... Dann kann es schön aus... Aussehen... Auch... Ein ähnlicher... Schachtel... Das ist auch eine Schachel, das ist auch eine viereckige Papier, umgekehrt 30x30. Das ist auch schön, wenn man so andere Farben nimmt, ich habe nur Weiss genommen, aber das schädigt wie Schachtel, das ist eine Schale. Da kann man das einfach so halten. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt keine Grenzen zum Falten. Ich habe gleich hier eine Schnitte an den Falten. Ich möchte noch herzlich bei dir bedanken. Danke auch. Ich habe noch ein kleines Geschenk. Glück hast du ja genug. Es ist ein anderes Glück, das ich dir gebe. Und zwar haben wir den Darum. Der Daruma. Der kommt auch von Japan. Es ist so, dass der als Glücksbringer ist für die Organisation World Crafts. Es funktioniert so, dass man dem jemandem schenkt. Und wenn man den rüberkommt oder sich selbst schenkt... Kann man nicht ausdust. Ich habe das im Garten auch gemacht. Einige Papier, so ähnlich wie eine Figur. Genau. Ein Salg ausmalen, wünscht sich etwas. Und wenn man nachher den Wunsch in Erfüllung hat, dann würde man das Zweite ausmalen. Und ich schenke dir gerne diesen hier. Danke für die Wahl. Danke für den Aufstürz. Danke für den Aufstürz. Danke für den Besuch hier. In einem Monat kommt der nächste. Ich bin noch nicht 100% sicher, was es dann gibt. Ich habe es noch nicht gesagt, aber es wird wieder sehr spannend. Und wenn ihr auf dem Verteiler seid, dann werdet ihr eine Einladung bekommen. Also nächste Woche sollte ich es wissen, ob er nicht bis heute Bescheid geben kann. Aber es wird sich sehr spannend, wenn es klappt. Und sonst gibt es Alternativen, die auch sehr spannend sind. Danke für den Aufstürz. Und jetzt kann man noch... Jetzt haben wir noch Falten. Falten? Ja, ich komme. Und wenn die Blumen... Excusi, darf ich... Die Blumen, wenn sie so ein Haie nehmen, dann gehen sie, wenn sie kaputt... Also wenn man da gerade macht... Dann so... Die Haie mit dem Breistript oder dem Kühlschriebe so... wieder drehen. Dann geht es... Dann geht es nicht kaputt. Also wenn ich das zeige, Und dann geht es nicht... ... es braucht keinen Tisch. Aber so... In der Hand... So halten... Also ich packe mit... Grosse Papier... Seht ihr das? Also sieh sehen... Hälfte... Lieber, kleine Papier. Ich mache grosse Papier. Hat es keine Kaputt? Nein, grünes Papier ist besser. Ich zeige es Ihnen nur, wenn Sie es nicht sehen, Sie müssen ein grosses Papier falten. So, die Hälfte. Dann auch machen. Dann nochmals bis zur Hälfte Linie falten. So. Gut, bis jetzt. Das ist gar nicht kompliziert, oder? Jetzt oben, die Ecke, bis zur Linie falten. So. Wie ein Fuss. Gut. Gut. Dann nachher. Da. Oberteil. Bis zur Hälfte. Bis zur Linie falten. So. Gut. Dann nachher. Es ist nicht so schwer. Wir sind in Bern. Entschuldigung. Im Bern. Im Bern. Bis zur Hälfte. Dann nachher. Die beiden Seiten. Bis zur Mitte. Die beiden Seiten. So. Die beiden Seiten. die Ecke unten, Ecke, bis älster Linie, so, beide Seiten, dann ist es fertig. Dann nachher beide Seiten nochmal drücken, das nimmt gerade Winkel an, da seht ihr, und drücken muss gerade sein, ja, dann stellen sie Tisch, oder Boden, dann so drüben. Jetzt müssen sie gerade sein, so, halbe Drehen, machen sie, so stehen, so, das meiste der Kinder ist der Freundeshäupte, und das ist ein grosses Papier, der Windgegenstand ist das grosse, dann machen sie das aus dem Bild, das ist auch ein Notizbuch, bitte nicht im Büro, dann den ganzen Tag stand, spielten, 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 jawohl, ja. Und jetzt mit dem, jetzt mit dem grossen Papier, recuerden, Papier, noch ein Blut gut, und in eine Ecke kriegst du welche bis zur Mitte harten nachher die Hälfte halbieren noch einmal bis zur Mitte noch einmal nachher noch einmal nachher noch einmal nachher 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 Wir haben hier abgefalten, bis rechts steht. Da kommt so. Das ist gut, oder? Wenn ich ihn ziehe, spiele ich keine Rolle. Ist das gut? Ist es fertig? Zick-zack-Fahrten zuerst. Noch eine. Jawohl, das ist richtig. Gut, ja. Dann? Innenstecken. Ja, hier drehen und innen stecken. Irgendwie, ja. Ungefähr 2 cm. Ist gut? Ja, genau. Ein bisschen fest drücken. Wer wüsst ihr, was das ist? Das ist eine Fantasie. Eine Krone. Ah nein, vom Fischof. Fischof. Genau. Das ist ein Brück. Das ist ein Brück. Mit Zeigefinger. So. Dann mit Handgerenken. Nicht Stossen oder so. Mit Handgerenken. Elegant. So. 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 Elegant. So. 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 Das Papier ist 80 Gramm, und die Hartpapier darf man nicht schneiden. Mit diesem Papier kann man so lange geruchten bleiben. Je nach ... Zu viel Luft, Mann. Ja, ja. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ist das so? Ja, ja. Das ist so schön. Das ist ein nicht-originale ... Ja, ja. Das ist so. Ja, das ist so. Ja. Ja, das fällt schon. Ja, das fällt schon. So ist das schon richtig. Aber ... Original Kranichbohrung ist so eine, oder? Dann, äh ... Ich sage nicht richtig, äh, falsch. Aber das ist schon ein Punkt. Kann man das so ... Allein. Das ist lustig. Aber je nach Schneiden, dann kann man das ... Sekund, über das einzige Mal. Ja. Ja. Ja, bitte. Also, ich fange für noch ein paar Sachen, wenn ihr wissen, was eine ... Tier ist. Wenn ich wohl die Kinder und Erwachsenen so zeigen. Und das ist auch einer von ... äh, Kranichgründbohren. Kranichgründbohren. Oh, Pinguin. Pinguin. No, Kängelhund. Ja, Kängelhund. Ja, Kängelhund. Zwei Sekundelhund. Danke. Danke. Zwei Sekundelhund. Und siehtzende Hunde. Das ist ... Oh, 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 ... Hund! Ziegzehnende Hunde. Ja. Ja, ja. Das sind ... Das ist der einzige von dem doppelgrossen, quadratischen Papier. Vielen Dank. 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 ... 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